würde jetzt einmal so hinstellen nach knapp der hälfte das ist der winterlich nach knapp der hälfte der springer zwei schweizer in front das hat es noch nie gegeben und der dritte kommt jetzt mit sehr guten bedingungen aus lebrass ja der passt gut ja wie geht das trainer geht das ja jetzt ja es ist genau der ganzen winter nichts gewesen es ist genau das was ich gesagt habe also die kleinschancen ist ist unberechenbar es geht es geht sehr weit das muss man mal sagen steinauer vor freiholz und küttel chocolat obler und mit was für sprünge mein liebermann mit geduld und spucke winterlich ist natürlich auch fuchs hat sie sicherlich total auf das große ereignis vorbereitet hat sicherlich vom vom athletischen her noch einmal an gute einheiten gemacht das hat einfach den weltcup derweil einmal hinten angestellt seine position